Oh, wie mit Jesus? Allein raus, rein raus. Allein? Ich will unbedingt, wir sind am Amazon doch nicht gesprungen. Ja. So, setz dich mal hin. Follt ein Füßchen raus nach vorne. Wie warst du? Wieso eine Spinne hier überhaupt? Du musst die Füße raus machen. Ja, ich war jetzt. Ich hörte nur kurz hier. So, ihr beiden. Wichtige Frage. Jetzt liegt ihr zum Treibkompass oder sagt ihr alles außerhalb von euch? Okay, dann fahren wir euch einmal nach vorne raus. Läuft schon. So, und ihr legt euch mal richtig schön rein. Oh ja. So weit wie es geht. Alles du drinnen? Ja, doch. Okay. Du bist schuld. So. 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 Kommen wir weiter, das war der Grill. Ich könnte nur den Schatten sehen. Ich könnte nur den Schatten sehen. Wow! Die Spinnen wäre schon wieder was zu tun. Die Spinnen wäre wieder was zu tun. Mach das weg! Komm ich nicht ran, mach das weg! Eher schwierig, ja. Ja. Da fährt schon mal die Aspen. Das ist der erste Vito. Oha. Und das ist unsere. Keine Ahnung. Ich glaube wir haben schwarze Felge. Ich weiß nicht. Ich glaube ja. Hör Kerlin die Rangelhaus gibt. throat hundreds. Das war schwierig. Ich fand das nicht. Die wholesーン wurden wir so fest. Oho, wieso, ja. Nein! Wir sind ja zuㅎㅎ. Wir brauchen den Tisch. Wir brauchen den Tisch. Ja, ich glaube es sowas. Ja. Alles gut? Ich weiß. Na, weil der Kopf jetzt wusste, was passiert. Stimmt. So ist der Helm da. Damit ihr nicht auf den Kopf schnimmt bei uns. Na, das würden wir ja nie machen. Und hier mal bitte jemand mit Rocky. Schöner Arbeitsplatz. Sie wollen satt. Ja, ich weiß nicht wo, aber ich habe sie mitgenommen. Ich habe mal sauber gemacht. Ja, ich habe keine Ahnung. Im Lama springt sie immer gut. Okay. Die Klammerung lösen. Die schwarze Steine. Ziemlich hoch. Nö. Und hoch den Sie. Jetzt fasse ich auch noch etwas um. Zwei so leichtgewichte hier. Zwei so leichtgewichte hier. Ja, ja. Ja, es sieht alles gut. Ich kann mich wenigstens da mehr ärgeren. Wieso haben Sie sich geärgert? Wieso haben Sie sich geärgert? Ja. Jetzt kannst du sagen, sag einfach weiter nein. Das ist doch viel lustiger. Was denn? Die ist schuld. Die da? Ja. Da sind sie runter. Landschaft. Das ist die erste. Das muss ich gar nicht wegkriegen, Madame. Du bist schuld. Ja. Lieben gerne. Du bist schuld.